Der Tai singt, wie schön du bist. Meiner Meinung nach schlechte Wahl. Zum einen, man hörte jetzt deutlich raus, dass vorher an seiner Stimme immer stark rummanipuliert wurde. Also diese kraftvolle Bassigkeit fehlte hier komplett. Dann in der Hook, dieses gerade dieses Bist, das war schief jedes Mal. Also er kam einfach nicht so hoch, wie hoch man hätte kommen müssen, was ja eigentlich kein Problem ist. Aber davor halt immer dran rummanipuliert, dass es besser klang, als es eigentlich tatsächlich ist und dadurch sehr effektiert wirkte. Und ja, aber ich werde natürlich die Fans von ihm, die jetzt hören, was ich sage, die sagen, Ah, du lügst und du bist neidisch und das stimmt alles nicht und warum hatest du ihn? Ja, ich hate ihn doch gar nicht. Ich hate die Sendung, die Lügen verbreitet, indem sie die Stimme der Kandidaten die ganze Zeit manipuliert hat und uns nicht gezeigt hat, wie sie tatsächlich klingen und erst in der Live-Show mit offenen Karten spielt. Da, wo im Endeffekt die Fans schon so weit manipuliert sind, dass denen das mittlerweile wurscht ist, wie schlecht oder gut die singen, weil sie sowieso schon ihren Liebling haben, für den sie stimmen. Vielen Dank.